Michael Ballacks Beziehung zu der 24 Jahre jüngeren Sophia Schneiderhahn sorgte anfangs für wilde Spekulationen. Jetzt stellt der Ex-Fußballer klar, seine Partnerin ist weder die Ex- noch eine Freundin seines verstorbenen Sohnes Emilio gewesen. Michael Ballack und seine Ex-Frau Simone Ballack ist das Schlimmste widerfahren, was Eltern passieren kann. Ihr gemeinsamer Sohn Emilio starb am 5. August 2021 mit gerade einmal 18 Jahren bei mit einem Kortunfall auf dem Grundstück der Familie in Portugal. Etwa ein Jahr später machte Ballack seine Liebe zu dem Model Sophia Schneiderhahn öffentlich. Die Beziehung der beiden schlug damals hohe Wellen. Nicht nur, weil Sophia 24 Jahre jünger als der ehemalige Fußball-Nationalspieler ist, sondern vor allem, weil Medien titelten, es handele sich bei ihr um eine Freundin seines verstorbenen Sohnes. Nach ihrem gemeinsamen Besuch beim Münchner Oktoberfest vor ein paar Tagen kam dieses Gerücht nun erneut auf. Während Michael Ballack lange geschwiegen hat, stellt er jetzt auf Instagram klar. Durch aktuelle Medienberichte sehe ich mich zu folgender Klarstellung gezwungen, meine Lebensgefährtin Sophia ist weder die Ex-Freundin meines verstorbenen Sohnes, noch war sie mit ihm befreundet. Er kündigt hat, wir werden gegen diese Unwahrheiten rechtlich vorgehen und bitten, unsere Privatsphäre zu respektieren. Um weitere Diskussionen zu vermeiden, hat Ballack die Kommentarfunktion unter dem Foto, das ihn und Sophia am Strand zeigt, deaktiviert. Nach dieser Stellungnahme ist wohl alles gesagt und die Spekulationen um das glückliche Paar hören endlich auf. Michael Ballack und Sophia Schneiderhahn sind seit etwa zwei Jahren ein Paar. Sie halten ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit raus. Viele Details über ihr Liebesglück gibt es deshalb nicht. Zum ersten Mal öffentlich zusammengezeigt haben sich die beiden beim Oktoberfest 2022. Dort turtelten sie ungeniert miteinander und posierten für Fotografen. Wann und wo Ballack seine Sophia kennengelernt hat, ist nicht bekannt. Und wenn man sich hierfürfen pickup ist, ihr Liebesglück garcomb und previstet hat, ist es ein es L consistent. Und wie passierte sie ein